Türchen Nummer 14 So, hier oben ist schon mal ein A-Böller vom Keller etwas älter, unten verklebt, oben zugestopft sehr schön, dürft ihr eigentlich noch ordentlich drücken und dann haben wir hier noch einen Superquacker von BVD und dann haben wir hier noch das Leuchtvollwerk, die Magma von Leslie sind kleine Vulkane, waren mal Klasse 1 glaube ich, jetzt aber inzwischen Klasse 2 und ja, dann gehen wir jetzt raus und zünden die drei Sachen viel Spaß dabei, bis gleich A-Böller und Superquacker, beide auf einmal Sehr schön, schöne Stütze Die Vulkane von Leslie sind hier in einer sehr schönen Location, wie ich finde Ich bin hier in einer sehr schönen Location, wie ich finde, die Vulkane von Leslie sind hier in der Ich bin hier in einer sehr schönen Location, wie ich finde, die Vulkane von Leslie sind hier in der